ooooooooh Hallo und herzlich willkommen bei Wie Hacke muss ich sein? in der Minecraft Minensimulator also, ähm oh ja, ich habe einen Goldhelm Ich habe einen Goldhelm Tag 2 Ich hatte einen Bambus gefunden und ich erinnere mich Dias und ich erinnere mich Prioritäten. Ich bin so jemand, der zieht, egal wann er Minecraft spielt, wann und wo er ist, er zieht innerhalb eines Tageszyklus, also des ersten Tags, sein Haus hoch. Okay, das hier habe ich hochgezogen, weil wir zu zweit waren. Normalerweise ziehe ich meine kleine Variante hoch. Er war halt auch sofort am ersten Tag und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich die ganzen letzten Tage gesagt, ich will ein Lager bauen, weil ich habe so viel Platz. Ich weiß gar nicht, ob ich das sogar dringelassen habe oder ob ich es rausgekattet habe, aber ich wollte ein Lager bauen. Und rate mal, wer sich nicht mehr absichtlich drückt, aber sich halt nicht bemüht, mal langsam ein Lager zu bauen. Ich müsste mal in Folge gucken, ob sie wissen, wo ich hin muss. Okay. Hätten wir das? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist okay. Das ist ein Fugger-Snap. Cool, das wird ja mit das meiste sein, was wir hier einlager, ne? Cool, das geht noch weiter. Okay, 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 das geht noch weiter.